Robin, das ist so ein blonder, toller Typ mit hellen Augen. Wie müsste denn so ein Junge für dich aussehen, damit du schwach wirst? Dazu muss ich sagen, Robin hat mir sehr gefallen, weil er einfach auch eine offene Art hatte. Er hatte ein wahnsinniges Lächeln, einfach eine schöne Ausstrahlung und auf sowas achte ich halt. Also ich mag Eigenschaften, wie dass er mich zum Lachen bringt, dass er witzig ist, dass ihm immer was Neues einfällt, dass es eigentlich nie langweilig mit ihm ist. Und da muss er auch nicht besonders gut aussehen. Er muss nur lieb zu mir sein.